Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Chaos-Folge Jurassic World Evolution. Wo immer noch die Dinosaurier hier wachen, was sie wollen. Und irgendwo ausbrechen, was sie eigentlich nicht sollten. Aber es trotzdem immer wieder machen. Ja, wir haben letzte Folge uns hier die kleinen Kugelchen gebaut. Richtig gute Dinge. Meiste Kampfsiege. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie machen wir das, dass wir die hochbekommen. Deshalb tue ich ja immer wieder schwache Dinos hier rein. Kostet zwar Geld, aber... Es sind halt Kampfsiege. Und die geben mehr Ruf, mehr Bewertung, mehr alles. Hier hat keiner Bock auf Reparieren, okay. Hier ist auch schon nur noch ein einziger Dino drin. Das Gehege ist irgendwie... Nicht mehr das, was es mal war. Gestorben am Spinner. Er läuft einfach durch den... Durch... Boah, kann man mal machen. Oh. Wie er da liegt. Sind beide sogar gestorben. Beide gegen den Spinner. Ich wollte hier drauf drücken. So, neuer Dino. Wen... Hau mal jetzt mal rein. Wer fehlt uns im Thumb-Mail? Gibt noch genügend. Er auch. Oder wir fangen von oben an. Eigentlich ja auch da ein Kilo. Aber wir nehmen jetzt den Apathosaurus. Der auch aus dem DLC ist übrigens. Oh, Mann. Ja, genau. Es waren die... Schwachen Gehege. Warum kann ich es hier nicht machen? Achso, weil es kaputt ist oder was? Macht zwar keinen Sinn, aber egal. Zu teuer. Geldmangel auf dieser Insel. Wie tief sind wir nur gesunken. Ja, wir müssen ja eh nur mal gucken. Weil wir tatsächlich ja auch... Hier noch ein bisschen... Ruf hoch machen müssen, damit wir da weiterkommen. Gleich haben wir es. Aber wir müssen jetzt erstmal die Dinos wieder... Wie in der letzten Folge... Einfangen. Ich würde es auch gerne auf L1... Äh, 1 machen. Was ich auf L1... ACU habe. Ich habe auf L1... ACU... Schön, dass ich das jetzt in der 30. Folge merke. Auf L1 hat man das ACU. Wie cool ist das denn? Ne, das ist ja echt mega nice. Ist echt so. Ja, er bricht noch aus, bevor der Zaun wieder ganz ist. Genau. Genau. Ja, ich bin ja noch in derselben Aufnahme-Session wie die letzte Folge. Deshalb hat sich jetzt auch nichts groß verändert. Es geht ja jetzt darum, den Zaun hier zu reparieren. Ziemlich viele tote Dinos hier. Ja. Okay, da kommt langsam mal jemand, weil... Das Problem ist, dass immer noch Dinosaurier da rumlaufen. Aber ich jetzt den Zaun erstmal gerne reparieren würde. Und umbauen. Damit die nicht so schnell immer ausbrechen. Geht doch. So, ACU, was geht ab? Das geht so viel schnell. Das ist so geil. Ja, jetzt wird ein bisschen mal Leichen aufgeräumt. Er hat ein Virus. Er hat ein Virus. Und dann hier erstmal gucken, was wir jetzt noch brauchen. Die Apathosaurin. Machen wir gleich zwei Stück. Oder auch nur einen. Ich komme damit nicht klar, dass wir so wenig Kohle haben im Moment. Den haben wir ja letzte Folge gesehen. Der hier kommt auch noch. Meiste Kampfsiege sechs von acht tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass die Kampfsiege im Moment doch relativ Probleme bereiten. Dann hat er hier auch schon wieder. Gut. Kommt die jetzt auch? Er kam schon mal nicht durch. Das ist schon mal super. Der durch diese ganzen Ausbrüche sind natürlich meine Sterne auf drei. Normalerweise wollte ich jetzt schon eine Fünf-Sterne-Wertung hier haben. Wir haben doch Nahrung und alles. Ah, hier kann man sogar alles sehen. Okay. 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 Hm. So. Getrotzten nicht. So. 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 Wenn das jetzt mal ein Kampf-Typ ist, dann Prost Mahlzeit. Dann beginne ich nämlich gleich von Null. Ich mach mal schwache Galliminus rein. Okay, jetzt wird wieder gekämpft. Sogar der nicht meinte. Er hat gewonnen. Er ist es aber. Also er ist derjenige, der jetzt einen Sieg noch davontragen muss. Schutzraumversorgung. Eben ging es so an der einen Stelle. Weiß ich grad nicht. Okay. 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 Sollte genügen, oder? Oh, wie nervig. Ich komm zu nichts. Ihr seht's ja selbst. Ich versuche was zu machen. Aber irgendwie... Ich bin nur am Zäune reparieren. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jawoll! 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 Mini Langhals! Wie viele wollt ihr eigentlich immer in der Gruppe haben? Ein Apathosaurus, glaube ich. Pflanzenfresser. Bose aber mit einer Schädel, wie manche Leute hier. Drei bis sieben, alles klar, zwei Stück. Drei bis sieben. Drei bis sieben. So. Bei Shreuzig Bolt rede ich ja nie so viel. Das war schon aufgefallen. Aber liegt ja hauptsächlich daran, dass man sich sehr konzentrieren muss. Dass ich die Sache nicht als ausbrechen. Das haben wir jetzt auch. Hey, wir können was forschen. Gebäude Upgrade. Treffsicherheit 3,0. Ja klar. Nehmen wir mit. Krabungsupdate. 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 Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren, der für die Wissenschaftsabteilung nützlich sein kann. Ich bitte Sie um Ihre Loyalität. Schließlich sind wir auch loyal. Okay, Korytosaurus. Wo ist er? Da ist er noch. 49er Bewertung, na toll. Oh, boy. Neh. Und hier fällt es irgendwie am letzten Kampfsieg. Was ist hier los? Der letzte Kampfsieg mag nicht kommen. Ritter hat nicht geklappt. Gästeverletzungen sind massiv. Ansonsten sieht es doch jetzt eigentlich mit der Gästezufriedenheit ganz gut aus. Einkaufsbewertung ist mir noch zu niedrig. Kleider laden. Nein, das ist der falsche Kampf. Das ist der falsche Kampf. Der bringt mir nichts. Ja, ja. Zeig einfach nur, dass du erstärkst bist. Genau. Genau, Junge. Er hat jetzt ein Virus. Was ist denn hier? Wir sind irgendwie alle gerade im Weg. Dominus Rex. Die könnte es jetzt spannend werden. V resistance? Weinen? Ja. Nein. Wo ist das Spiel? Nein. 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 Ja. Nein. so in domino ist es auch wieder da na junge einmal musst du noch fressen einmal musst du noch fressen jungen doch ich kann aber auch jedes mal wenn ich irgendwas machen will da fliegen die zäune mir hier um die gegend komm du auch noch gleich raus genau ist jetzt hier tag der offenen tür oder was kommt alle raus kommt alle raus wir brauchen mehr kampf siege es hat wieder nicht geklappt nein es hat wieder nicht geklappt lalala 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 warum läuft der hier frei rum und keiner macht was du kannst auch hier drinnen schlafen so und jetzt mal ruhe hier keine lust mehr als euch hinterher zu fliegen kommt schon gar nicht mehr hinterher versuchst jetzt so lange bis einer rauskommt das machen wir jetzt diese folge noch das will ich sehen luschen kampf hier fliegen feile durch die gegend den dominos der ist halt geil der ist geil drauf kämpfen die verfolge der ist nicht schafft komm einer wird ja jetzt durchgehen oder sonst wäre es witzlos und ein kampf sieg werden wir wohl auch noch schaffen das kann ja wohl nicht wahr sein ein fehlschlag einer muss durchgehen der nächste der rausgeht oh hier der zarado jetzt kämpft er mal wieder sehr gar nicht war er ja gar nicht ein anderer stinkstiefel fehlgeschlagen fehlgeschlagen also ein werdet ihr wohl hinbekommen oder weiter jetzt aber der zarado der indorapte macht auch schon wieder ärger der schläft herrgut 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 für die meisten kampf siegel ist natürlich die indorapton am besten ihr seht der hat schon zwei kriege geführt da hat der andere jetzt erstmal eingemacht irgendwie hat er keinen bock mehr auf kämpfen herrgut da klappt doch eine ja das hat einfache ausgesehen als es eigentlich war Eingehende Übertragung! Die Wahrheit ist, Dr. Wu und ich sind nicht immer einer Meinung. Das ist die Gelegenheit, ihn ein wenig aufzuweichen. Ich denke, wir sollten es versuchen. Wissenschaft Mission Nummer 3! Mit einem Genom von 80% Ausbrüllen, Freilassen, Diploculus, Velociraptor. Alles klar. Gut. Gut. Ich bin froh, dass Sie dabei sind. Dr. Wu führt irgendetwas in Schilde, aber es hat keinen Sinn, ihn auszupätschen. Er gibt ohnehin nichts preis. Also, lassen Sie uns unseren Weg weitergehen und sehen, wo er uns hinführt. Haben wir die beiden nicht schon auf 100%? Okay, ich würde gerne sagen, dass mir das gefällt. Aber ich tue es nicht. Dr. Wu will, dass wir ein paar Dinos erschaffen und auf eine Art unterbringen, die für die Tiere nicht optimal ist. Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, was Sie da tun. Aber diese Dinosaurier sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ich fürchte, wir überschreiten eine rote Linie. Genau das machen wir, Kajai. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man in der warmen Stube sitzen bleibt, sondern dass man sie zerstört. Sogar wenn Leben auf dem Stuhl... Dr. Wu... Das sind Tiere. Wir können neue erschaffen. Ich rede nicht von den Tieren. Moment mal, er hat sie beim Vornamen genannt? Kajai. Scheint was Ernstes zu sein. Ich kenne diesen Dr. Wu von Anfang an und ich denke, das Einzige, was noch gefährlicher und kaltblütiger ist als die Dinosaurier selbst, ist der Mann, der Hammond dabei geholfen, hat sie wieder zum Leben zu erwecken. Ja, Dr. Wu, das ist natürlich so eine Sache für sich. Das ist ein wo kloppter Typ. Natürlich sieht alles cool aus. Er hat recht. Größer ist besser, attraktiver, zieht mehr Leute an. Aber größer ist auch immer gefährlicher. Und wer da was anderes sagt, der lügt einfach. Juhu! Endlich Krankheit weg. Interruptor kämpft schon wieder. Aber er kämpft halt immer gegen Gleichstarke. Er sucht sich keine leichten Opfers. So kommt mir das jedenfalls vor. Hm. Die sehen zwar cool aus, aber... Gut, sie sind auch nicht gebufft. Ich kann nicht sagen, wie gut sie sind. Müsste ich die jetzt selbst mal hochbuffen. Stromausfall. Ja, das ist ja schon mal schlecht. Stromausfall ist immer schlecht. Ich denke mal, dass gleich auch wieder ein Stromausfall kommt, wenn die beiden hier draußen sind. Sabotage! Sabotage! Okay. Benötigt Strom. Im Moment kann ich tatsächlich nichts machen. Muss jetzt vier Minuten warten? Fehlgeschlagen. Och, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das war's für heute. Also bei mir wird es jetzt so sein Ich würde immer einen Dinosaurier Aufs Thumbnail machen, den ich noch nicht hatte Aber die Folge wird halt komplett anders Da sein, wie zum Beispiel die letzte Folge Da ging es um die Gyrosphäre Diese Folge um Um die Mission Beziehungsweise die letzte Folge War auch schon die Mission Jetzt auch wieder Mission Die Mission mache ich immer extra, wenn ihr direkt Drauf kommt Weil viele geben ja In Google ein Wie schaffe ich Mission XY Und dann habt ihr so einen kleinen Tipp von mir Wie ich es mache Muss nicht immer der Beste sein Aber sieht trotzdem geil aus Und mir macht das Spiel immer noch mega Spaß Und da ich weiter nach vorne komme Kann ich ja nicht so viel falsch machen Ist einfach so Okay, noch eine Minute Stromausfall Leiche noch mal weg 34 Millionen ist der Park wert Das ist schon mal geil Ja Ja im Moment ist halt ein bisschen Ebbe Deswegen kann ich auch nicht so viel sagen Weil ich halt Den Fokus nur auf diese eine Sache habe Und es ist immer schwierig Dann noch groß Die Bolle auszufinden Sag mal hier Ach gucke mal da Mutter Burasaurus Wer bist du eigentlich Wir brauchen Strom Jetzt gibt's wieder Strom So, der Raptor ist gleich fertig Wir können jetzt sowieso mal 3-4 Stück machen Okay, ich ist groß genug Trotzdem ist das Essen fast leer Okay, jetzt geht's wieder ab hier Hier wird gekämpft War aber wieder der falsche Cerato Unglaublich aber wahr Hä Ich wollte eigentlich hier drücken Hab ich was geschafft? Hab ich was gut gemacht? Nein Dacht schon Gleich der nächste raus Gar nicht lange schnacken Ja gut, die Mission ist jetzt Dann durch Pipifaxen Die Pilocotus und Velociraptor rauslassen Er kommt halt relativ spät Jetzt bei mir Trotzdem müssen wir sie machen Und ich muss sie zeigen Damit ihr halt einfach nur noch Mission 1, 2, 3, 4, 5 Unterhaltung, Sicherheit Blablabla eingeben könnt Und dann halt seht Wie Mission geht Ein Bleibsspiel habt Und Das einfache habt Machen ja viele Früher gab's Komplettlösungen Heute zuguckt man einfach sich Ein YouTube Video an Tatsächlich Ach Wie cool Unbewusst war schon da unten Das Richtige Die macht wieder eine Ärger Falsche Seite Raptor Wollnötig auch gleich raus Fast eine Million Gewinn pro Minute Das ist schon heftig Die ist doch schon Unten drunter Unter den Schwellenwert Na toll Die Raptoren sind halt sehr Begeborgen im Moment Weil sie sehr viele sind Aber ich hab ne Idee Wie ich den runter bekomme Hier in dem Gehege Das ist solches Perfekte Gehege Wo es nicht viel gibt Hier ist ein kleiner Spucker Haben wir noch nicht Hinten auf der Insel Also er ist schon gestorben Wir hatten schon mal einen Natürlich Liebe Gäste Liebe Gäste Liebe Gäste Liebe Gäste Das ist halt Mission Gefangenschaftsstudien Das ist halt Dr. Wu Er tut auch die Dinos Misshandeln Um zu schauen Wie sie reagieren Um zu schauen Was er aus ihnen Machen kann Und wie er sie halt Reizen kann Ich mag Dr. Wu nicht Aber trotzdem will ich halt Sein DLC sehen Gibt's ja auch Sehr merkwürdige Neue Dinosaurier Bald Gut Wenn der Interrupt jetzt Hier hinten ist Wird er natürlich Einiges aufmischen Aber ich schätze Dass er auch ziemlich schnell Sterben wird Aber vielleicht schafft das ja Vorher die Acht Kampfsäge zu machen Ja der Raptor ist halt Viel viel schneller Die Folge ist jetzt Schon mega lang Ich hoffe dass er jetzt In 5 Minuten Hier durch ist Ein bisschen schneller Bitte Neee oder Ausgerechnet hier Nervig Nervig Ja vor lauter Zeug was ich hier mach Vergess ich die ganze Zeit Das hier zu benutzen Ach guck mal da Das sieht aus wie so ein Para Okay Wissen wir schon mal Wissen wir ja schon mal Was das ist Weil ich hätte es jetzt Nicht gewusst Ja so geht natürlich die Stärke Beziehungsweise die Sternebewertung Niemals Richtig gut hoch Wieder Leute verletzt Toll Wie sehen deine Werte aus Geborgenheit Okay seine Geborgenheit geht auf jeden Fall runter Hä ist wohl ein ganz anderer Hier drüben den Den Wollte ich Bei ihm ist die Geborgenheit eigentlich scheißegal Ihm ist es egal Der Interruptor macht wieder da hinten Seine Käpfchen Beziehungsweise die Reparaturantrag Bestätigt Expedition ist wieder da Ja ich will halt das vollständige Genom haben Aber ich habe so das Gefühl Dass wir es in dieser Folge Nicht schaffen werden Diese Mission mehr zu schaffen Weil dafür ist hier gerade Zu viel Chaos Zu viel komische Sachen Und Klappt immer noch nicht mit den 8 Stück Also so langsam Eingehende Übertragung Mission für die Lüge schlagen Wir machen hier Dinge, die niemand zuvor versucht hat Tagtäglich Jede Aktion hat ein kalkuliertes Risiko Und wir rechnen damit, dass ihr Ergebnis selbiges vergessen macht Aber unser Ziel Eine starke, stabile, aktive Dinosaurierpopulation Erfordert diese Risiken Was war das jetzt Mit weniger als 5 Gästanlagen Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht Weniger als 5 Gästanlagen Ja ok Ich werde die Mission Enden Dann werden wir an dieser Stelle weiterspielen Weil diese Folge ist jetzt mega lang Ist trotzdem geil Ist viel passiert Viel Action Dr. Wu ist scheiße Tschüss Aber er wird keine Vielen Dank.